Mein Name ist Robert Franz und das würde ich machen, wenn ich Blutdruck hätte. Thema Blutdruck ist ein Thema für sich. Die meisten Ärzte wissen gar nicht, von wo Blutdruck kommt. Deshalb heißt auch die Diagnose essentielle Hepatonie. Essentiell bedeutet auf Lateinisch, du weißt gar nicht, wo du den Blutdruck hast und die Pharma stellt auch Mittel zur Verfügung. Ich weiß, dass die erste Ursache vom Blutdruck ist Sonnenmangel. Warum? In dem Moment, wo wir keine Sonne haben, entsteht kein Kalzium. Die Sonne scheint auf unsere Hand und Vitamin D3 macht aus Magnesium Kalzium. In dem Moment, wo keine Sonne da ist, wird wenig Kalzium entstehen. Wenn unser Körper kein Kalzium hat, muss das wenige Kalzium einfach richtig dosiert werden. Unser Herz verbraucht das meiste Kalzium. Unsere Hände und Füße verbrauchen auch Kalzium. Deshalb wird sich unser Gehirn für unser Herz entscheiden, unser Herz mit Kalzium versorgen und er wird machen, dass unsere Hände und Füße einfach kein Kalzium bekommen, indem die Durchblutung zugeschnürt wird. In dem Moment, wo die Hände und Füße zu sind und das Herz weiter pumpt, es ist eine normale Pumpe, steigt der Blutdruck. So, dass die erste Ursache für unser Blutdruck ist der Vitamin D3-Mangel. Den kann ich beheben, indem ich Vitamin D3 nehme, auch zehn Tage lang 40 Tropfen, 40.000 Einheiten, ein Tropfen hat 1.000 Einheiten, zehn Tage 40 Tropfen Vitamin D3 plus zehn Tropfen Vitamin K2. Und ich würde sorgen für Magnesium. Warum? Magnesium ist der Gegenpol von Vitamin D3. Ohne Magnesium entsteht kein Kalzium. Deshalb finde ich richtig verrückt, dass die meisten Leute, auch wenn sie Osteoporose oder andere Sachen haben, Kalzium nehmen. Es ist niemals bewiesen worden, dass der Körper überhaupt Kalzium speikern kann, höchstens bei schwerer Fälle von Osteoporose. So, nach zehn Tagen 40 Tropfen Vitamin D3 und zehn Tropfen K2 würde ich runterfahren auf fünf Tropfen Vitamin D3 täglich und fünf Tropfen Vitamin K2. Das würde bedeuten, dass nach zehn bis vierzehn Tage meine Füße sie langsam öffnen werden und da mehr Platz ist, wird das Blut, dadurch wird der Blutdruck sinken. Die zweite Ursache für unseren Blutdruck ist eigentlich unser dickes Blut. 70 Prozent der Leute haben dickes Blut. Ich kann das Blut verdünnen durch verschiedene chemische Mittel. Die sind aber nicht risikofrei, sind eigentlich meistens sogar lebensgefährlich. Deshalb würde ich einen Traubenkernextrakt nehmen, OPC. Ich würde erste Woche eine Kapsel OPC nehmen. Nach der zweiten Woche würde ich zwischen zwei und drei Kapsel OPC nehmen. Immer sofort nach dem Essen, nicht vor dem Essen, weil wenn ich einen empfindlichen Magen habe, würde ich das wahrscheinlich eine Übelkeit spüren. Mit der D3-Kapsel OPC würde ich sorgen, dass, wenn das Blut einfach fließfähiger ist, mehr kleine Blutgefäße aufgemacht werden. Dadurch habe ich mehr Fläche, da sinkt der Blutdruck auf. Und die dritte Ursache für unseren Blutdruck ist, ich weiß, psychosomatisch bedingt. Viele Leute sind nicht so locker. Viele Leute, ich weiß, verkrampfen sie, wo es auch immer passiert. Und dadurch werden unsere Arterien zusammengezogen. Dadurch steigt der Blutdruck, die Zufuhr wird gedrosselt. Was kann ich machen? Dafür würde ich Arginin nehmen. Arginin ist eine natürliche Aminosäure, wurde 1998 mit einem Nobelpreis verliehen, die Erfindung von Arginin. Es wird in den Medien nicht weitergehen. Warum? Da würden die ganzen Blutdruckmittel keine Daseinsberechtigungen haben. Arginin würde ich erstmal nehmen. Fünf Gramm pro Tag. Fünf Gramm bedeutet 5.000 Milligramm. Das ist ein großer Messlöffel. Am besten gleich in der Früh, nach dem Frühstück mit OPC. Dadurch würde ich den ganzen Tag Arginin in den Adern haben. Der Zauber, was Arginin macht. Arginin entspannt die Arterien. Entspannt die Arterien, vergrößerte Durchmesser. Dadurch wird der Blutdruck sinken. So dass Arginin ist für mich die Alternative auch für alle, ich weiß, Betablocke, was da verschrieben werden, Statine fürs Herz. Warum Arginin nicht, dass es, ich weiß, den Blutdruck senkt. Es steigert auch die Potenz und die anderen Mittel sind für mich Potenz. Das würde nun eine richtige Gefahr für die Männer. Zusammengefasst würde ich, wenn ich Blutdruck hätte, würde ich Vitamin D3, einen tollen Vitamin D3-Spiegel haben, damit meine Hände, meine Körperteile frei sind. Zweitens würde ich OPC nehmen. Warum OPC? Er schließt mehr Fläche vom Körper. Ich habe mehr Fläche, dadurch sinkt der Blutdruck. Und drittens würde ich auf jeden Fall dieses Arginin nehmen. Bei schweren Fällen würde ich sogar zweimal am Tag fünf Gramm Arginin nehmen. Über zehn Gramm, zweimal fünf Gramm, kriegt man ein paar Pickel im Gesicht. Aber was sind ein paar Pickel gegenüber dem Risiko, dass seine Ader platzt. Das sind die drei Mittel, die ich nehmen würde, wenn ich Blutdruck hätte.